Hallo liebe Hafex Insight Follower, ich begrüße euch aus dem Fischspielhaus von Haferland Express. Wir haben eine neue Produktlinie aus Galicien für euch, betreffend Weichtier und Molusken. Ich hätte euch gerne noch die Mosca-Digi und die Pulpo-Beine vorgestellt. Die sind allerdings schon ausverkauft, die gehen weg, wie es sonst was. Aber drei Artikel haben wir noch da von der neuen Produktlinie, die wir euch gerne mal vorstellen möchten. Fangen wir mal an. Hier haben wir einmal für euch geputzte Kalamari. Wunderschöne Ware aufs Kilo, ca. 6 bis 10 Stück, in der Verpackungseinheit 2,5 Kilo. Mein persönlicher Favorit, Sepia Gans im bereits geputzten Zustand. Da wird sich euer Mise en Place freuen. So eine Ware hatte ich damals noch nicht in der Küche. Wundervolle Kalmar-Streifen.